Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einer analogen Photon-Kino-Spaziergang. Heute führt uns unser Spaziergang in der Schweiz zu der Firma Pilot. Hier habe ich eine Filmkamera Pilot Bolex D8L vom Jahr 1959. Es ist eine Kranzmetallkamera, 2 x 8mm Format mit drei Wechselobjektiven, mit einem Revolververschluss. Die Kamera hat, was nicht üblich ist, sieben Geschwindigkeiten und eine Stillstandeinstellung. Funktioniert durch Aufziehen mit einem Uhrwerk und hat natürlich eine Parallaxen-Sucher. Eine Manko ist der kleine Sucher, aber darüber hinaus kann man mal das ignorieren, weil an für sich die Kamera eine hochwertige und sehr gute Kamera ist. Aber zurück zu Pilot Bolex. Auch diese Kamera hat eine sehr lange Geschichte. Es ist die Geschichte von zwei Familien. Es gab einen Konstrukteur, der hieß Moise Beilard. Er war ein Uhrmachermeister, der durch Heirat zu einer Änderung in seinen Beruf gekommen ist. Er produzierte Spieluhren. Aber er hat das sein Handwerk so gut verstanden, dass er hat eine ganz große Firma für Spieldossen auf die Beine gebracht und auch erzeugt und noch erfolgreicher verkauft. Die zweite Familie, die jetzt im Spiel kommt, ist der Jacques Pogopolski. Es war der Name ein bisschen kompliziert für die Schweizer und so hat er seinen Namen statt Pogopolski auf Pogi ein bisschen verkürzt. Er war ein Mediziner und Hobby, Amateur, Konstrukteur von Film und Fotoapparaten. Und so kamen die zwei Familien 1930 zusammen und fingen einfach Filmkameras zu bauen. Und wie man dann weiß, auch sehr erfolgreich, weil die Kameras besaßen einen sehr guten Ruf. Auf einmal 1969, als die Firma Eumig hörte, dass die Firma Bolex in der Schweiz in turbulenten und Finanzschwierigkeiten steckt, hat schlicht und einfach die Firma Bolex abgekauft. Im Jahr 1970 war dann so weit, dass die Firma Bolex Forschung betrieben hat für Eumig. Und Mitte der 70er Jahre baute die Firma Bolex Kameras, die verkauft wurden als Eumig. Und das Wiener Werk verkaufte Eumig Kameras mit dem Namen Bolex. Und so geht die ganze Geschichte hin und her bis 1980, 81, wo die Firma Eumig Konkurs gemeldet ist, ist auch auf einmal Eumig und Bolex schlicht und einfach verschwunden. Eines ist aber zurückgeblieben. Dieser Name Bolex, Pilot Bolex, ist ein Weltbegriff für die Firma. Es ist die Lieblingskamera von Künstlern, von Wissenschaftlern und Technikern. Nur für den Amateur ist sie eine Nummer zu hoch. Es ist einfach zu wertvoll, beziehungsweise zu teuer. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Dinh. Dinh.